Willkommen zurück zu Final Fantasy 3. Heiho, im Norden befand sich ein leuchtender Turm, doch nach dem Erdbeben ist er verschwunden. Alles was blieb, ist ein riesiges Loch. Oh, nee. Irgendwie fehlt mir, dass diese Zwerge so reimen können. Oder dass sie so eine Lieder oder so was haben. Habe ich mir noch gedacht. Dieser Schuft-Gusko hat sich mit dem Horn und das Eis davon gestorben. Er floh durch den unterirdischen See. Leider können wir ihn nicht verfolgen, weil Zwerge nicht schwimmen können. Aber ihr seid Menschen, ihr könnt das. Bitte helft uns. Ich will zu meiner Armee. Dein Weg wird von einer unsichtbaren Barriere blockiert. Dein Weg wird von einer unsichtbaren Barriere blockiert. Ja, danke, dass du es zweimal sagst. Naja, danke. Ich habe mir ganz lange besprochen, also ich höre deine Seite gut. Was brauchen wir? 12. Kaufen wir noch mehr. Tsch, 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 tsch. Ich habe gehört, mein Maus pet dich. Ist mir eigentlich egal. Ist mir eigentlich egal, egal. Oh, oh. High Potion. Ja, den Rest brauchen wir nicht. Ja, ja, ja. Den will ich ansprechen. Lauf zu dem da. Dem da. Ein Übernachter kostet 80 Seel. Ja, gerne. Ich wünsche euch eine gute Nacht und meine rechte Schulter tut weh, weil ich mich auf meiner Schulter abstütze. Ich sollte mich mal richtig hinsetzen. Vielleicht sollte ich jetzt gerade das Bett knatschen. Knatsch, knatsch. So. Aha, ich habe es geschafft, mir ein Stein. Nee, so ist es gerade voll unbequem, wie ich liege. Hier ist eine kurze Beschreibung eures Beruf. Herr Beruf für Mönche ist ein exzellenter Faustkämpfer. Ihre Rachefähigkeit erlaubt es ihnen, die Defensive zu kontern. Weiß Magier haben stärkere Magie. Achso, es ist ein alter Mann. Ich muss langsam sprechen. Entschuldigung. Weiß Magier haben sich auf stärkere Magie spezialisiert. Sie mögen physische Schwach sein, doch ihr willenskraft ist ihnen. übertroffen. Schwarz Magier haben auf offenen Magieren spezialisiert. Aber deswegen sind sie widerstandsfähig, als sie aussehen. Ich muss mal kurz hier. Rot Magier können Weiß und Schwarz Magier anwenden, doch sind sie in hohen Zauber bei der Schule verwehrt. Ich meinte, Schwarz Magier ist das Laptop schwer. Wie ist das Laptop schwer? Ja, ihr wundert euch vielleicht, warum ich nichts tue. Ich muss gerade zu meinem Reitner drüber schnappen und kurz was machen. Eigentlich nur eine Taste drücken. Na ja, jetzt geht es weiter. Ja, tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich kaufe mir nie Sachen, weil... Immer wenn ich es kaufe, habe ich es irgendwie danach gefunden. Das ist mir aufgefallen. Kennt ihr das auch? Und irgendwie schwank ich total zwischen diesen... Ja, äh, Betonungen. Zwischen Betonungen. Na, gut. Oh man. Wieso erinnern mich viele Dinge an irgendwas anderes? Halt! Dort befindet sich die Schatzgamer der Zwerge. Alle Nichtzwerge ist dem Eintritt nicht gestattet. Okay. Cool, Grafikfehler. Oh, schade. Okay. Hier gibt es also nichts zu finden. Nicht überhaupt auf? Keine Ahnung. So stelle ich jetzt nur noch später fest. Leider. Leider, 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 leider. Falsch. Lasst uns reinspringen. Oh nein! Wir müssen uns doch nicht schon wieder in Frosche verwandeln. Oh. Oh. Ich dachte gerade, das sei mein Lüfter, der so laut ist. Aber es ist ein Zug, der gerade vorbeifährt. Magie. Rivier. Äh. Frosch. Und wie so. Irgendwie kommt mir gar das vor, wie so ein faules Spiel so. Versteht ihr so? Also, als sei ich voll unvorbereitet, bin ich eigentlich auch, aber egal. Warum soll ich mich vorbereiten? Ich möchte Spaß haben. Ich möchte Spaß haben. Und darum geht es mir. Ein hochfliehen. Ein hochfliehen. Yeah. Fluchtfegel schlagen. Eis. Fuck. Achso, Gott. Ich dachte. Fluchtfegel schlagen. Fluchtfegel schlagen. Fluchtfegel schlagen. Fluchtfegel schlagen. Ich werde Wahrsager, wisst ihr das? So, wie muss Magie... Nein, das ist ja eher noch... Entschuldigung, Entschuldigung. Seid nicht so böse zu mir. Frosch. Ja, äh, was hab ich gemacht jetzt? Magie. Frosch. Okay. Ach so, ach so, jetzt kann ich auswählen. Ja, ja, ich hab's jetzt, Symbol gar nicht gesehen. Hey. Egal, dann machen wir einfach mit dir auch Flucht. Fertig, fliehen. Fliehen. Und Flucht hier geschlagen. Ach, schade. Ach, schade. Ich dachte, ich werde wahr, aber... ...werde ich nicht. Menü. Rrrrm... ...rrrrm... ...magie... ...reffier. Frosch. Gesamte Gruppe. Gut. Vit... Vitra? Arc. B. Falsche Taste B. Falsche Taste B. Falsche Taste B. Diese verfluchte Taste B. Ich schweif wieder aus. Ich hab zu viel. Mit anderen Leuten. Gewissen. Anderen Leuten. Unternommen. Wenn du das siehst, lieber MC, ...dann weißt, was ich dich meine, ...weil ich dich erwähnt habe. Goldnadel. Äh, geht's da weiter? Wir werden angegriffen. Dü, 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 dü. Dü, 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 dü. Dü, 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 dü. Und ich bin voll aus dem Takt. Ich find die Musik schon schön. Angriff. Feueraaah. Entschuldigung. Ich frag mich gerade, wie spät es ist. Wie lange ich schon aufnehme. Ja, ich weiß jetzt, man. Ja, 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 ja. Angriff. Nein, nicht Magie. Das ist zu glattvoll. Angriff. Nein. Ich sag dir nicht Magie. Ich sag dir nicht Magie. Achso. Okay, Entschuldigung. Es ist schlimm mit so gewissen Leuten. Ach, hab ich schon gesagt. Nicht überhaupt auf. Oh, ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Einfach so glücklich. Oh, ich glaube, Purs of Purses. Sends of Time ist gerade aufgeladen worden. Von hier hinten sieht das so aus. Ich bin so weit weg. Da kann ich nicht. Kann ich nichts erkennen. Was hundertprozentig ist. Alter, Laufen. Mist. Oh. Die kennen wir doch. Die haben wir es mal gesehen. Gastrobot. Gastroprott. Prott. Magie. Eis. Hab ich irgendwie die Vermutung? Nee, du machst auch Magie. Aber du machst Vitra. Denn ich hab das Gefühl, wir brauchen Vitra. Hey, die Vermutung stimmte. Vitra, nicht Vitra. Entschuldigung. Moin, Schmars. Ja. Wie seht das nicht, wenn ich so mache? Seht ihr das? Seht ihr das? Jetzt hatte ich so lange, bis sie sagt, ja, nein, gut. Ja, was kann ich so schönes erzählen. So eigentlich gar nix gerade, weil... Das ist so wichtig. Ich hätte mal mein Urlaub erzählen. ich war ja wohl aber noch nichts erwähnt na ja größtenteil ich war in dänemark mit meiner family also mit meiner familie war ich in dänemark was ich sehr verwundert hat in dänemark war es wärmer als hier in deutschland merkwürdig ja ja ich weiß ja mein onkel hatte zum lücken laptop mit dann konnte ich konnte ich meine e-mails überprüfen also sobald eure kommentare lesen und eure privaten nachrichten irgendwie war es vorweg so kopf gelötscht 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 naja videos konnte ich auch mal gucken aber ich habe nicht so viel am laptop verbracht ich habe nur einen tag weil dann irgendwie habe ich keinen bock wo ich muss geld schuldigung jetzt habe ich ein laptop das wäre irgendwie besser wenn ich jetzt mitgenommen hätte wenn wir ihn könnte im urlaub hätte ich in der zeit auch videos naja nicht machen können ich glaube nicht so viel zeit hatten wir nicht aber wieder schauen können vielleicht sogar welche hochladen können kommentare beantworten können irgendwie so hier ist eine sackgasse da oben ist eine truhe ich sagte penny es ist merkwürdig dass in vielen spielen einfach so irgendwo ton stehen irgendjemand muss hier aufgestellt haben torri prini habt geklaut also das was er gesagt hat aber egal jetzt kommt irgendwie mit so einem gerichtsverscheid vorbei das scheiße press r key keine ahnung was diese aussage meint ist ja bei meinem emulator steht daneben was für das ist nicht gedrückt habe da steht egal ach so verstanden habe ich gar nicht gesehen ich habe mir ausgepasst ich habe ich hoffe jetzt hat es von mir berührt und jetzt schon ich bin hässlich goldnadel item goldnadel auf weg 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 oh gott so viele ps eine truhe oh was für ein wunder jemand hat hier eine truhe eingestellt öffnen sie goldnadel oh was für ein wunder naja so im venü ach ich kann ich ja nicht scheiße gut ja dann gibt es hier jetzt einfach so einen random schlitt also bis gleich bis zum nächsten mal zu final fantasy 3 tschüss 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 tschüss